Komm, grün, fall um. Eh, hat jemand die Tüte aufgemacht? Die Tüte, Tü? TÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ curs kich Lassbüten 루� stöhnen haha Einfach de pen, einfach de pen dadadadada Spiel stacked an, wenn ich microwave mal macht. Bus någonting Schluss, kein Problem mein hund ist genauso wenn da kein frischkäse am futter ist will er es nicht essen ich bin schlecht ich würde sagen b-rush ich mach jetzt b-rush ja so bin ich halt zwei sind geradeaus da als ob er mich noch geholt hat 96 links in ecke bist du kann ich überhaupt nicht aber ich habe hingehalten alle daneben gingen haben die sehr verschreckt ja das war mein plan ist die leistung ist die leistung ich gebe rumschatz mal die bombe dann gehe ich mit ak dann haben wir wissen schon was schweres wo er nicht schön gemacht janik ist bei dir noch was ja zwei noch außen zwei aus was er was er aus das kommt habe ich eine kugel verschossen jetzt hätte ich immer mein kümmern so schnell die filter machen so fitter die zeitlich geht das ja so ich hoffe das passt dazu so weit sich hochbeam lassen ja scheinlich hochbeam lassen der green screener der spinnt manchmal so krass das ist unnormal aber ich kaufe mal wieder und deswegen ich mache auch 90 durch zu äh durch den tunnel oder wo gehen durchzug durchzug jahre hast mich verstanden ok links hier alle schießt einfach in die luft ich habe einfach in den lüft geschlossen scheining du wenn ich mich hochbeam dann kommst du natürlich mit weil jeder braucht den guten scheining an seiner seite schön gemacht habe die sie schönes ding ich höre die steps bei dir einer war da schön gemacht ich mache jetzt meine ecke habe ich noch getroffen oder was mit meiner die seite gekauft ich habe es gekauft das ist nicht alles minions wir machen das jetzt die bombe mit in polen den pult beginn ist immer das heißt ja ich hab mal eine Waffe aufgesammelt, tschuldigung Aua! Toilette 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 er hat mich geholt gut gemacht, gut gemacht ja geil cool damit, wir sind zwei HP damit um auf Gartic-Phone oder besser auf Among Us zurückzukommen wenn ich noch einmal als Crew-Mate zu Oren-Recht rausbruchte vor allem durch Detective Dave, hört ihr alle an den Ultim-Team wahrscheinlich aus ja geil würde ich gar nicht mehr sehen, aber du, mit der passiert sowas erst mal also, da brauchst du nicht sauer drum sein oder so ganz normal er ist halt auch in der Detective-Ausbildung wenn er die Bombe bebringt, ne? ja du wirst gewinnen nicht durch Bombe meine ich schaff das du kriegst die nicht Traitor Aua! wer hat die Bombe? ich hab die ich hab die jauuuu ok ok du kriegst die, komm hier absolut verzögert oh hier Brunnen mein mein Sauri oder? ne die Gegner und schlecht ist er auch Jannick noch einer, pass auf der kann nix ok gut Jannick Masterklasse 3,2,1 nein Jannick ich hab echt eine Schaltung gemacht das ist aus meiner Sicht äh ja wahrscheinlich ich weiß das ist halt immer so weißt du wir haben ein Detektor der nix kann aber bei Morgas würde ich also bei Morgas würde ich eigentlich gerne mal mit Rollen spielen also da gibt es dann irgendwie so eine Mord dass man dann irgendwie halt so Sheriff sein kann oder Medic Engineer also so hast du dich echt gerne mal ausprobieren wollen und natürlich ja mit den Schmachsteller also das also das hätte eigentlich wohl mal Interesse geweckt ich sag da steht Heaven was meinst du dann? naja der ist grad links rum Toiletten du hörst ihn auch naja witzig hören mit Ton hätte das schon nichts geplant ich hab jetzt aber auf WC ne? macht es nicht links jaaa schönes Ding schönes Ding hier wir googeln wie die fliegen das ist irgendwie strange du aber halt ne? bei mir hat er dann neben geschossen aber bei mir auch bei mir auch aber trotzdem ich kann auch Zuschauer-Sicht sein wer weiß wir tun so das war ja bei Call of Duty auch ganz schlimm ich glaub Black Ops 4 oder 3 ja Call of Duty ist aber schlecht ja aber da war es richtig schlimm schlicht also da war es wirklich schlimm wenn man zugeguckt hat Leute das ist die einzige Waffe die ich nicht spielen kann äh ja ich war auch noch auf die neue Map deshalb bin ich auch gespannt wie es wird aber muss halt ein bisschen warten ich glaub außen kann Rauch geflogen ja ne kannst du die Bombe extra fallen lassen oder? ich hab sie nicht fallen gelassen Sven ok außen außen naja bin ich schnell weggegetet weil ich Big Itis bin ich bin blind ich bin Big Itis ich kann die Waffe nicht ich kann die Waffe nicht mehr anzogel okay wie viel denn erfolgreich der letzte ist lang Aaaaaah Toilette Einer der Letzten 2 kommt vor der Toilette aus da hab ich jetzt komplett reingeschissen hier chillig 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 Ich sterbe halt immer durch die Detectives, die kurzer Masse schrauben, nur selten durch den Imposter. Ja, Shining, aber bei dir ist das Problem halt irgendwie mit dem Erklären, ich glaube, oder weil du halt so lange im Camp schlägst oder so, aber keine Ahnung, ich bin halt auch ziemlich oft komisch gestorben, sagen wir es mal so. Ja, so, MP5, da sehe ich mich. Na, dreimal ist halt, dann funktioniert ja immer viel zu geil. Dann hast du einfach Bingo gewonnen, weißt du? Ich möchte B. Okay, dann geh ich in Bidde. Ja, da geh ich jetzt aber auch in, ey. Bid, bin blind? Okay, komm durch. Helfen und aus in die Ecke. Ich mach das, ja. Hier ist auf jeden Fall einer. Die müssen kommen. Üb, Alter. Wie viel sind bei euch? Ein, zwei, drei, vier vielleicht. Laufen gerade anders herum, laufen über die Toiletten zu. Die kommen jetzt, die kommen jetzt. Schaffen die nicht mehr, schaffen die nicht mehr. Ja. Ne, einer ist noch auf dem Spot. Dann bin ich noch weggeblendet. Ja. So, so, so. Ist okay. Genau. So. Äh, wenn ich je wieder Imposter bin, stimmt Dave als erstes. Das ist eine gute Entscheidung. Also, Dave immer als erstes killen würde ich auch machen als Imposter. Oder, wenn Dave Imposter ist, kannst du nicht immer daran erkennen, dass er am meisten redet. Also, wenn er am meisten redet, ist er eigentlich safe Imposter. Die werden doch jetzt auf jeden Fall mit B gerechnet. Meint ihr das glücklich? Also, gehen wir jetzt auch. Oder wir gehen B, weil sie denken, dass wir A gehen. Machen wir voll die Verwirrung hier. Haben? Okay, zwei kommen in der Mitte? Zwei kommen in der Mitte, ja. Ja, ja, ja. Wie schlecht am Eis, Sven? Warte, ich. Haben die Anase. Einer ist einer aus Heaven. Okay. Einer müsste der Heaven sein. Von dem was ich gehört habe. Mitte ist aggressiv. Mhm. Ich glaube auch nur umstehen. Okay, einer hat mir den Aave. Passt auf. Den Aave. Shining, das ist die richtige Einstellung. Diese Einstellung gefällt mir. Um die unschuldig zu schützen. Loll. Ach, Mann. Aber, ey. Wollen wir wieder A, oder? Wie sieht's aus? Ja, jetzt würde ich A gehen. Ja, lass mal A gehen. Okay, grün, A, hier. Einfach da so hin. Ja, nee. A. Dann noch, David. Na. Nur wegen Bombeplay. Das ist mein Patriot in mir, weißt du. Auch killtechnisch. Ja, aber ich bin da so, das ist der Patriot in mir, weißt du. Ah. Was ist der eine? Ja. Lauf schon mal durch, ne? Ich geh über Party. Okay. Ich glaub, die sind jetzt LB gegangen. Ah. Schön. Hier ist auch Free. Ich bin auf Spot. Jo. Wir kommen jetzt. Wir kommen jetzt. Bunk. Bunk. Geil. Mein Ping hat es nur gemacht. Darf ich dafür kein Assis? Ich ping? Nein. Du, Diet. Die sind stand aufeinander in der Ecke. Aber ein? Sven! Sven! Der letzte, nur noch einer. Ich hab seine Steps gehört. Die Griebe. Geh die Ecke. Ah, die Ecke. Einer muss halt da hinten sein. Ich hör links irgendwie was. Ah, nee. Glaub ich war fürs Saufen. Ja. Die Griebe. Geh die Ecke. Dann wechseln. Bomben bei dir gleich. Wann rennt's und gegner? Wann rennt's und gegner? Wann, weggen. Da was. Iiiiiiiiih! Iiiiiiiih! Iiiiiiiih! Pfff! Iiiiiihihihihi. Jou! Hat hier nochmal mitgenommen sein? Völlig gut. Was weiter hast du überlegt? Eh, Detective Dave hat bisher mehr Crewmates noch eine gewisse Zeit, als die Imposta. Ja, das stimmt. Ich glaub ich auch ne. Aufzuter N. Ähh. Ja, Janik fürs Team, ne? Fürs Team, ne? Ah, jetzt kann er in die Arme gelaufen. So, wo war die jetzt denn hin? In B. Ah. Okay, Bombe geht A, ich geh mit A, komm. Geh B. Faden gefecht, mutter. Wir russen jetzt, by the way, ne? Also es gibt keinen Halt. Alter Junge, kannst du mal... Das ist ein geiler Tag im FCS. Okay, Mitte. Naja, drei Stück. Beim Kanal. Slow. 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 Crowder? Mmh... also 25. Ah, da wird man bisschen... keeping the Bombe is taken down. Hey! Das ist zuberst아�genutend vor, es zuwu. Gerade noch überlebt. Uh! 70.268 Und gemacht wurde auch noch... geil. Also C.S. ist heute wild. Hm. Leute, wenn dann, ist ja klar... Welche... orange aber da wird auch aber okay jetzt verlieren wir die runde zweimal aber easy ich gebe party was ist wo sind die letzten drei Leute. Die B. Hätten die mal vom Rand auch was gehört. Ich bin da David. Ich komme auch. Kann einer euch mal zu bedauern? Die kommen. Die kommen? Ah ich bin. Eine Toilette? Ja noch eine Treppe. Treppe bei mir. Alter. 22. Schön. Schön. Janik. Steckung. Schade. Ich bin aber wieder weg. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du reingeschaut hast. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Und man hört sich auf jeden Fall dann noch. Wie mag ich? Man hört sich auf jeden Fall später nochmal. Wie die Lemminge. Wie die Lemminge. Wie die Lemminge. War ich wieder. Wie die Lemminge. Wie die Lemminge abzuachten. Sven? ich hab die bombe da muss reintappen schwierig ein bisschen so jetzt bin ich am start zwei mittel aber ich hab die feuer schutz von hinten leute ab ist tot hinter dir hinter dir von hinten kommt noch einer hinter mir bei brohn war noch einer hab ihn mach schnell Sven der ist tot schnell geil Autosniper ey ich brauch gar nicht kaufen ich spiel einfach Autosniper komm wir gehen jetzt ab M4 M4 naja bleib schnell schnell oh mein gott er tut es nicht oh mein gott wir verlieren der kommt durch die smoke durch die smoke durch die smoke Sven hab ihn geil wuuu aua ich werde jetzt mal einen mitgeben ja Alter wie viel Kills ich gemacht hab ja ja schau uns an Sven Alter das war wild das war wild wie schlecht sind die Bits ich mein zwei von denen sind okay drei okay drei aber gelbe grün guck mich nicht an grün nein 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 da steh du unten links Junge auseinander ja du bist die da ne ja dann geh ich mit dir Alter du bist sowieso die Bombe ne ja ja Siggi war es deine Brand ja außen auf jeden Fall Toilette Sven ja ich bin tot zwei Toilette komm jetzt hinter dir das ist komplett B frei komplett B ist frei betont Hilfe runter mit dir runter los nein schade ah die Bombe ist angekommen die Bombe ist angekommen war ein gutes Passspiel das war wild ok nur grün grün ja geil 1 gegen 1 und er wartet jetzt wahrscheinlich bei der Bombe weiß ja klar wir müssen angreifen wir müssen also zu Bombe die haben die bessere Position getraut ja gerade haben sie die Besserung noch links gerade auch recht er hätte nicht wechseln dürfen zumindest nicht so er hätte die Waffe angucken und dann nach oben wir können wir verlieren hey 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 was kriegen denn der Zauber ist vorbei oder er hätte droppen müssen und direkt so ok jetzt bin ich konzentriert jetzt war ich da ich war nicht wieder so wo wir denn hin B ist free ok dann gehen wir B wer war das orange steht unten nimmst aber der ist nicht gegen schließend Sven ne ne ich bleibe auf meinem Niveau du bist krasser ich habe noch ich habe nur einen Platzungen verloren also alles easy wie die Lemminge da oben ja hier ist nichts der Fünfer Messersquad kommt nachher aber die spielen voll komisch ich bin schon ne vor allem die gehen mit allen Mann auf ein das interessiert mich auch voll ob das ein Fünfer Squad oder so nachher ist weil die spielen ja alle kommt vielleicht so komisch ja ich bin leider orientierungslos ich bin leider orientierungslos Mitte oder da die sind beide da bei der Mitte beide sind lachen hab einen Bombe explodiert Nein Traurig Traurig Ich habe gemeldet Das ist mein Niveau Ich habe gemeldet Das ist mein Niveau Ich habe gemeldet Das triggert mich gar nicht Läuft zu gut dafür Heiner 7 Mit Autosniper Ja ok warte Also jetzt nicht mehr Auffassen Loi Ich dachte da bin ich safe Aber man lernt immer wieder zu Ne 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 Seitenwechsel Ja Also ich spiel die ja nicht schlecht ne Ich spiel mir relativ gut Ja die haben nur irgendwie geistig irgendwie aufgegeben weißt du Ich spiel sie so komisch Ja die gehen irgendwie mit allem auf eine Position Wenn die normal weiter spielen wäre es anders Die sind auch wieder zu fünft ne Ach lol Aber jetzt müssen wir verteidigen also War die kurz zu viert oder was Die waren kurz zu viert ja Ok wo geht ihr beide hin? Ich geh A Ich geh B Soviel gehen B Dann geben wir Sven und ich regeln auf A Ja easy Ok Ich bleib hier hinten stehen Ich guck Treppe Ja ich guck Party Guck so dass Treppe dich sonst nicht machen kann Klingt ja Ok ist B Oh lol Oh lol Das war Ja ok Ihr wird geschossen Oh Und sie reden Ich hab kurz verteidigt dass wir gar nicht mehr zählen Hehehe Hehehe Ne Ne sagt man nix Äh orange Ähm Grün Äh Alles sind alle kacke mit der Pistole finde ich gut Aber richtig kacke mit Pistole Hehehe Was? Was ist das? Loot Battle Hehehe Wie geil Du hast gehört Wie geil Ja hinter ihm Ne Ne Über ihm Links Er kommt jetzt Lull Ist das keine Reaktion Der einfach so Ah ein Terrorist Interessant Den sollte ich eventuell So Noch ne schöne Echo Grün kauft aber Grün hat Grünspiel zum ersten Mal Du Kopfschütteln Böse 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 Alter David Oh Jetzt fängt das wieder an Oh man Oh man Oh man Jetzt geht ihr alle A Ja und jetzt hat David es ausgelöst heute Alter Ja ich meld David dafür einmal kurz Das war nicht meine Intention ne David das Das kannst du bei random sich machen Hast du jetzt mal ne Meldung bekommen Das ging mir umso Hast Glück dass der erste nichts gemacht Deswegen ist es nur so Hütti hütti Aber Was bleibt Was ist der leckte Mitte B Und B aus dem alter Insertady Ja der hat was angemacht Auch Rangenschnitt gelb A B Ja ja Mach die jetzt Nicht nice Hala Hä Die haben A geplantet Ja Die werden doch gerade noch mit 4 waren bei B Ah ok Die sind über B Ah ok ok Ich kauf mal nicht ne Ich kauf mal nicht ne Wie hat er gegenüberstehen Das ist nur so Gott wer kriegt die nicht Die sind nicht Ich kauf mal nicht zu erschießen Ich kauf mal nicht zu erschießen Ich kauf mal nicht zu erschießen Ne ich glaub wir haben Frieden Rollen geschlossen Party Party zu Party Wie viele Einer Ja, auf Party war einer, der hat mich durch eine Wandliebe gekillt. Ja, okay. Ah, Tendenz. Ich bin nicht mehr. Leute, alles easy. Ich bleibe im Müll einmal stehen. Ja. Weil ich sterben sollte. Pass jetzt schon. Okay, damit machen. Okay, jetzt wird es irgendwie kriminell. Hast du gesehen, oder? Einer hier? Schade. Ich wusste, dass er links stehen würde. Oh, meinst du? Okay. Yannick, der ist low 99. Wo steht er, außen? Der ist hinten, in deren Spielplatz. Okay. Also geht nach B wahrscheinlich, oder? Oder? War das der? Ich glaube, das war der. Ja, wenn der Bombe hat, dann würde er runtergehen, ja. Wenn er schlau ist. Aber er hat halt 99, das ist ein Liter. Das ist ein Liter. Und hier. Ja, ja, das ist der, der sucht, ja. Der ist die dritte. Mhm. Ja, war einfach auf die Bombe. Ja, oder es hilft jetzt, es kann auch sein. Nee, es ist oben. Ihr musst da platzieren. Ja, wir müssen das nicht. Ja, wenn er nicht platziert hat, er verloren. Wir sind nicht am Ende. Ja, aber ich fand doch nur killen. Okay. Counter-Terrorists win. Oh, er macht einfach gar nichts. Ja, er macht nichts. Was hat er denn für eine Waffe? Irgendwas krasses? Weiß ich jetzt konnte ich, ja, ich glaube, der hat dann auch. Aber nicht. Aber hast du mal einen Schoss gesehen? Das ist ein Mensch, mein Schoss. Ja, wurde die beiden auf einmal gepfüfft. Ja, wie? In einer Reihe aufstehen? Geil. Ja, ich wollte eigentlich mir ein Schild kaufen. Ich habe mir einen Diffuser geholt. Ich bin gleich groß, sobald ich mich an. Das ist bei mir ziemlich groß. B. C. Zwei-Sichter. Hallo. Bobbe liegt bei uns nicht. Bei uns ist schon genug Sven. Ah, Herr Finne. Ich habe einen geholt. Soll ich noch mal, war es als Sven vorbei? Oh! Lang außen. Da wurde es aber geklatscht, Junge. Ich habe den gar nicht gesehen. Ich habe den gar nicht gesehen. Die Kugel kam auf der andere Seite, zeig ihn bei mir wieder raus. So krass war der Schoss. Geil. Ich gucke dich jetzt an. Wuff. Tot. Ich habe eine Zeus aufgehoben. Ist das gut? Das ist okay. Okay. Das ist nicht gut, das ist aber auch nicht schlecht. Willst du häusen? Schade. Ja, musst du in 10% mitspielen. Gefällt er nur. Sven. Ja. Oh. Cool. Sven spielt jetzt einfach zum J. Also der Typ habe ich jetzt, ich werde es einmal, ich werde es jetzt einmal im Fass halten. Der Typ kam zu uns, hat mich gekillt, ist weggelaufen. Aber wie? Ja. Aus Respektfolie. Ah, okay. Er hat dir eine Respektstelle gegeben. Ah, eine ordentliche. Also wie ich jetzt. Komm mal auf. Hör auf. Ja. Alter, oder? Ähm, blind? Tot? Oh, der soll nicht. Ich bin nur blind. Oh, blind sind... Noch mal blind. Alle fünf sind hier. Okay, passt drauf. Oh, rein, David. Ihr macht das schon. Wir sind alle da. Jawohl. Oh, nee. Ja, die kommt zurück. Nein. Das gefährdicht auch. Komm zurück. Komm, du. Du stehst. Ich war gemein zu dir, Stu, vielleicht bin ich alleine hier. Komm, grün, fall um. Äh, hat jemand die Tüte aufgemacht? Die Tüte? Tür, Tür, Tür. Ah, das werden wir sein Tüten, ey. Geil. Ah, ist sie tot? Ich geh nie wieder gucken. Ich geh nie wieder gucken. Du machst das. Du machst das. Okay, du machst das nicht. Geh guckt wird nicht mehr. Das entschied ich mir jetzt. David hat mir gesagt, ich schaff's nicht. Er hat keine Motivation mehr. Ja, so sieht's aus. Echo. Zu spät. Das, Brüder. Ich hab mir schon ein Schild gekauft. Ja, jeder hat schon gekauft, was das werden. Ja, ihr seid jetzt die krassen, ne? Also, ihr dich verletzt auch. Ja, ich mach das jetzt. Ich laufe jetzt mit einer MP zu David. Wow. Ich ändere jetzt durch. Und wer du machst jetzt damit nicht mindestens 5 Kills in dieser Runde? Ich hab aber keine Panzerung. Ich hab keine Panzerung gekauft. Vor allem, wie komisch das Match ist, was jetzt noch mal von dir entgegen ist. Das ist wirklich so. Die sind A. Ah, ne, echt? Was? Ja, auf B war zu lange nichts, weißt du? Meinst du da? Die ist Bombe. Eine Worte nach B, hab ihn aber geholt. Viel wichtiger ist der AK. Oh, oh, hier ist Awe. Noch viel wichtiger. Okay. David, Gangbang. Ich hab keine Granate. Ja, mach nichts. Ich hab mit Zeus. Warum bist du noch da? Zweier hab ich geholt. Ich bin aber gleich tot. Die Sculpt auf jeden Fall, die Awe. Alter, wie viel hab ich denn noch? Ist doch die Awe, die lebt oder was? Schade! Schade! Janik, ich hab mit deinem... Boah, krass. Ich hab's versucht, aber es. Ja, ich hab's gemerkt. Du hast es so gut, Janik. Ich bin böse, oder? So. Janik, deine Waffe war im Meter. Zwei Kills gemacht. Nice. Drei weniger ist gefordert, aber okay. Die hol ich jetzt nach. Genau, die hol ich jetzt nach. Alles drin, außer los. Geil. Wer war das? Orange. Guck doch mal in den Fett. Nee. Sven? Ja? Sven? Nee, dein Niveau. Ich hab doch nichts überwaffen. Ja, ich sag ja, nicht aufregen. Wo ist A? USA? USA. Okay. Einer ist Party? Äh, bei David ist es Action. David? Lang? Ja. Hab ihn? Bomb ist A. Bomb ist A, okay. Bomb ist A. Einer ist auch A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Damit hast du ihn? Gut. Ach, tot. Okay, Toilette einer, Bombe auch einer, also zwei. Also beim Brunnen war einer und äh... Ja, das sind die letzten zwei. Das sind die letzten zwei. Ich geh unten durch. Okay, hier haben die... Ne Nate oder Smoke? Keine Ahnung. Ne Nate? Bomb ist unten hinten. Alles gut. Okay, hier ist nur der Smoke. So weit geworfen. Muss. Nein. Toilette. Verblind? Auf A. Wahrscheinlich. Ja. Hab einen? Ja, das war's. Oh! Fuse und wir haben gewonnen. Ja, das ist ein guter Standteil. Ganz nice. Easy peasy. We did it. We did it. We did it. Ach, der Asse bin ich. Uhu. Ich hab mir am meisten Schaden getankt, also... Ich hab mir am meisten gekauft. Von dem. Uh. Guck, ich kriege jetzt mal eine Spektrum 2. Ja. Was warst du denn für Rank? Die waren no Ranked. No Ranked? Ne. Naja, doch, doch. Die waren Ranked. Silberditte Meister. Silberditte und Silberditte Meister und Silberditte Meister und Silberditte. Drei und Zweierteam. Einer war nicht Ranked. Wo kannst du das denn erkennen, dass das Drei und Zweierteam ist? Steht links. Das ist ein Mädchen. Ah, okay. Die ersten drei waren Dreierteam, die schlechten beiden waren Zweierteam. Ah, okay, okay. Welche wurde auch nie rausgebotet? Ah, war eine wilde Runde. Machen wir noch eine. Ja, eine Runde geht wohl noch. Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.